So, hier geht es darum, so ein paar Vokabeln einzuführen, auch vielleicht so ein bisschen das Denken bei hohen Frequenzen und bei Wellen etwas zu schulen und den Blick darauf zu lenken, was denn vielleicht irgendwie bei hohen Frequenzen anders ist als im Niederfrequenzbereich. Also zum einen muss man ganz klar sagen, bei hohen Frequenzen, ich kürze das mal ab, Hochfrequenz HF, da kann man eventuell die einfachen Regeln, einfache Regeln, vor allen Dingen Kirchhoff, nicht mehr einfach anwenden. Dazu muss man wissen, dass die Kirchhoffschen Regeln im Prinzip Vereinfachungen, Spezialisierungen der Maxwell'schen Gleichung sind, also die sind in gewissen Bereichen äquivalent, also aus den Maxwell'schen Gleichungen lassen sich die Kirchhoffschen Regeln herleiten, aber man muss dazu ein paar Dinge vernachlässigen, zum Beispiel muss man bei den Kirchhoffschen Regeln davon ausgehen, dass sämtliche Flächen Null sind, also wenn ich jetzt irgendwo mehrere Drähte aufeinander löte, dann ist dieser Knoten, der da entsteht, dann hat er ein Volumen und vor allen Dingen auch eine Fläche gegenüber Masse von Null. So, davon geht Kirchhoff aus, das ist aber natürlich physikalisch nicht so. Das spielt bei niedrigen Frequenzen keine Rolle, bei hohen aber sehr wohl. Genauso, wenn ich jetzt also in Form einer Masche mehrere Widerstände zusammengelötet habe, dann wird natürlich eine Fläche umschlossen, diese Fläche ist aber in der Näherung für die Kirchhoffschen Regeln Null, diese umschlossene Fläche, ist sie physikalisch aber natürlich nicht. In der Regel spielt das auch gar keine Rolle, in der Regel, wenn Sie mit niedrigen Frequenzen arbeiten, da wo diese Schaltung von Widerständen aneinander gelötet noch funktioniert, wie gehabt, kann man auch mit Kirchhoff nach wie vor rechnen. Wenn Sie aber die Frequenz erhöhen, dann werden Sie Effekte feststellen, die dann eben doch nicht so sind, wie Kirchhoff sie erklären würde. Und das heißt letztlich, die Kirchhoffschen Regeln sind so nicht mehr anwendbar. Zudem auch sind die, und das geht ineinander ein, wenn die Schaltungen nicht mehr funktionieren, müssen Sie die parasitären Effekte berücksichtigen. Zum Beispiel sind also konzentrierte Elemente nicht mehr konzentriert. Konzentriert heißt ja, ein Element, beispielsweise ein Widerstand, ist im Prinzip ein Punkt, also hat keine geometrische Ausdehnung. Das ist natürlich physikalisch gesehen schon Quatsch, kann man aber elektrisch so betrachten. So, wenn die Frequenz aber höher wird, wenn also eventuell sogar die Wellenlänge so klein wird, dass sie in den Bereich der Elementgröße kommt, dann kann man das so einfach nicht mehr berücksichtigen. Und dann muss man eben da mitarbeiten, dass dieses Element eben nicht vielleicht nur ein punktförmiger Widerstand ist, sondern eben eine geometrische Ausdehnung hat, vielleicht eine Leitung darstellt, vielleicht eine Kapazität darstellt, vielleicht auch eine Induktivität darstellt. So, dann haben wir es damit zu tun, dass wir in der HF-Technik gerne die Leistung messen und auch damit rechnen. Das hat mehrere Konsequenzen. Also zum einen, warum misst man nicht Spannung und Strom? Nun, weil das bei hohen Frequenzen sehr, sehr schwierig ist und manchmal auch gar nicht möglich ist. Und man selbst bei Niederfrequenten, also 50 Hertz-Feldern, schon eigentlich nicht mehr wirklich von der Spannung spricht, sondern auch gerne von der effektiven Spannung spricht, was letztlich auch nichts weiter ist als die Wurzel einer Leistung, also einer Vergleichsleistung. So, Sie können den Zeitverlauf einer Spannung natürlich bis zu einem gewissen Bereich einige 10 GHz oder so vielleicht auch messen oder 10 GHz auch vielleicht messen, aber danach wird es schwierig, den Zeitverlauf einfach wirklich sich aufzeichnen zu lassen. Was Sie aber immer können, bis in ganz, ganz hohe Frequenzbereiche hin, ist die Leistung messen. Dann schauen Sie sich ein einfaches Experiment an, wenn Sie wissen wollen, welche Leistung von der Sonne kommt, legen Sie einfach ein schwarzes Stück Pappe in die Sonne und gucken, wie warm das wird. Dann haben Sie die Leistung der elektromagnetischen Strahlung, die eben von der Sonne kommt, Infrarot und sichtbares Licht und so weiter, alles dabei, haben Sie gemessen. Der Zeitverlauf dieser elektromagnetischen Welle würden Sie nie in der Lage sein zu messen, also zumindest mit heutiger Technik nicht. So, aber die Leistung sehr wohl, ganz einfach. So, und so kann man das auch bei niedrigeren bzw. auch höheren Frequenzen machen. Man nimmt eben einfach einen Absorber, einen Widerstand, was auch immer und schaut im einfachsten Fall, wie warm der wird und hat dann ein Maß für die Leistung. Also Leistung ist leicht messbar. Das hat natürlich zur Folge, dass Sie auch eine Messung brauchen, weil der Leistung umgesetzt wird. Also bei der Messung. So, warum sage ich das? Wenn Sie sich ein handelsübliches Multimeter oder auch eben ein Oszilloskop angucken, in der richtigen Einstellung zumindest, dann wird in diesem Messgerät nur ganz, ganz wenig Leistung umgesetzt. Der Eingangswiderstand eines Voltmeters ist typischerweise sehr, sehr hochohmig. Sie lassen darüber dann eine Spannung abfallen und U² durch R, wenn R groß ist, dann ist eben U² durch R sehr klein. Umgekehrt, wenn Sie ein Strommesser haben, dann ist der Eingangswiderstand sehr niederohmig. Und da ist es dann eben so, dass I² mal R bei R sehr klein, eben auch da der Leistungsumsatz sehr klein ist. Wenn Sie aber wirklich Leistung messen wollen und nicht nur ausrechnen wollen und abschätzen wollen, dann müssen Sie auch wirklich Leistung umsetzen. Und das heißt eben hier, die Messgeräte sind so mittelohmig, haben Eingangswiderstand, der nicht vernachlässigbar ist. So, heißt aber dann auch ganz klar, Messung beeinflusst Schaltung. Also während Sie bei einer niederfrequenten Schaltung natürlich jederzeit sagen würden, okay, ich gehe mal mit meinem Multimeter oder Oszilloskop daher, schließe das natürlich richtig an Masse an und so weiter, gerade das Oszilloskop, und dann messe ich eben einfach irgendwo, also halt einfach meine Messspitze irgendwo in die Schaltung, wo mich gerade die Spannung interessiert oder der Spannungsverlauf interessiert. Okay, und dann kann ich davon ausgehen, dass die Schaltung auch während dieser Messung genauso funktioniert, als wäre das Messgerät nicht da. So, das ist bei HF-Technik, bei HF-Schaltung, hochfrequenten Schaltung nicht so, weil Sie nämlich mit zum einen eben diesem niederohmigen Leistungsmessgerät da in die Schaltung reingehen, damit verschieben Sie die Widerstandsverhältnisse erheblich und es kann durchaus sein, dass die Schaltung dann eben einfach nicht mehr funktioniert und zum anderen natürlich auch viele parasitäre Effekte auftreten. Zum Beispiel haben Sie Leitungen, da das, was eine induktive Belastung darstellt, oder Sie haben irgendwelche Strahlungsverkopplungen, dadurch, dass Sie verschiedene Leitungen da reingebracht haben und das muss man alles berücksichtigen. Typischerweise hat man es hier mit einem Eingangswiderstand von typisch, aber auch nicht immer sehr häufig, 50 Ohm zu tun. So, dann muss man natürlich hier denken in Frequenz und Wellenlänge. Denke in Frequenz und Wellenlänge. Ich hatte das schon erwähnt, die Wellenlänge Lambda ist gleich C durch, ich packe hier nochmal das Wurzel-Epsilon-R rein, das wir schon aus anderen Vorlesungen kennen, mal 1 durch F und schreibe ich mal so ein paar Sachen dahin, die man sich jetzt merken kann. Also zum Beispiel 1 MHz wird zu 300 Meter, dementsprechend 10 MHz und so weiter. Ich schreibe aber das nicht so kleinteilig hin, 100 MHz sind 3 Meter, 1 GHz sind 30 Zentimeter. Was brauchen wir noch? Nehmen wir uns nochmal 100 GHz dazu und dann soll es auch reichen. Wir zu 3 Millimeter. So, wenn ich es jetzt zum Beispiel aber noch zu tun habe, hier mit einem Epsilon-R von Epsilon-R gleich 10, so, dann kann ich jetzt bei einem GHz nochmal hergehen und kann sagen, okay, ich muss das nochmal durch Wurzel-Epsilon-R teilen, also Wurzel-Epsilon-R ist ungefähr 3, genau, es ist 3,16, soll keine Rolle spielen. Das heißt also, ich habe hier 10 Zentimeter Wellenlänge im Material. So, und da kann man jetzt schon sagen, okay, Schaltungen, die haben sicherlich Ausdehnungen von einigen Zentimetern, vielleicht einigen wenigen Zentimetern und da sind wir dann jetzt mit der Wellenlänge im Material schon in einer Gegend, die merklich an der Wellenlänge kratzt, also wo wir sagen würden, okay, die Schaltung ist jetzt mal 3 Zentimeter lang oder so, das ist dann etwa eine Drittel Wellenlänge, die diese gesamte Schaltung lang ist. Und da muss man verstehen, dass vielleicht am Eingang der Schaltung die Verhältnisse andere sind als am Ausgang, weil eben da ein entsprechender Anteil der Wellenlänge da eine Rolle spielte. So, dann haben wir es hier bei der Leistung vor allen Dingen auch mit DBM zu tun. Leistung wird gerne angegeben in DC-Milliwatt oder kurz DBM. Ich verweise an der Stelle auf ein Video, das ich auch verlinke, direkt zu dem Thema, wie man mit DC und Dezibel rechnet. Ich möchte noch kurz was dazu schreiben, was das nämlich ist. Also hier, wenn ich irgendwie P1, P2 zu P1 in Dezibel habe, ich bleibe erst mal bei Dezibel, dann rechne ich das aus als 10 mal Logarithmus zur Basis 10 P2 zu P1 und das hier im ganz normalen linearen Maßstab in Watt, Milliwatt oder sonst was. Dieses Ding hier liefert mir als logarithmisches Verhältnismaß das Bell und dieses hier liefert mir das Dezi, also so wie das Dezi aus einem Liter einen Deziliter macht, macht eben hier auch dieses mal 10 aus dem Bell das Dezibel. Das führt einfach dazu, dass das handhabbare, schware, schönere Werte letztlich gibt und das ist es auch. Warum macht man das? Das macht man deswegen, weil man es häufig mit irgendwelchen Ketten, Aneinanderschaltungen von Verstärkern, Dämpfungsgliedern und so weiter zu tun hat. So und dann müsste man ja immer sagen, okay, dieser Verstärker macht jetzt mal 10, das Dämpfungsglied macht durch 5 und so weiter. Also man muss immer die Punktrechnung machen, also mal und geteilt. Das ist nicht gar so angenehm, während die Logarithmierung und aus der Punktrechnung ja die Strichrechnung macht, die deutlich angenehmer ist und dann könnte ich sagen, okay, dieser Verstärker macht jetzt hier plus 10 dB so und der andere Verstärker macht irgendwie nochmal plus 20 dB, also habe ich zusammen einfach plus 30 dB. Das könnte ich natürlich auch in der Punktrechnung, also einfach 10 mal 100 könnte ich einfach multiplizieren. Das mache ich jetzt aber hier nicht oder das möchte ich nicht, weil das könnten ja krumme Größen sein. Ich kann die einfach nur addieren und bin damit dann feiner aus. So, das einzige Problem ist, man kann damit relativ schwierig, so wie es jetzt hier steht, wirklich absolute Werte angeben. und wenn man absolute Werte angeben möchte, dann würde man eben zum Beispiel das P1 auf festen Wert setzen, also zum Beispiel P1 gleich 1 Milliwatt und dann könnte ich, dann könnte ich hier rauskriegen, P2 zu P1 in dBm gleich 10 mal Logarithmus zur Basis 10 P2 durch 1 Milliwatt und dann käme zum Beispiel raus, dass eben hier 1 Milliwatt wäre 0 dBm während 1 Mikrowatt wären minus 30 dBm Wieso minus 30? Kann man auch gerne selber mal ausrechnen. Nun, wenn Sie 10 hoch minus 6 Watt, das wäre ja P2, also 1 Mikrowatt, 10 hoch minus 6 Watt durch 1 Milliwatt, also 10 hoch minus 3 Watt teilen, kriegen Sie 10 hoch minus 3 raus. Der Logarithmus zur Basis 10 von 10 hoch minus 3 ist minus 3, das Ganze mal 10 ist minus 30. Den selben Spaß können wir machen hier für 1 Watt. Das würden eben dann zu 30 dBm werden und machen wir noch 1 Kilowatt, weil es so schön ist. Das wären jetzt 60 dBm. So, wie gesagt, die dB-Rechnung habe ich in einem separaten Video nochmal gemacht, beziehungsweise Sie können sich auch gerne das Skript anschauen, wie das genau funktioniert, was man da machen muss. Das möchte ich an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Ich möchte hier auch nur die Größe dBm einführen. Da gibt es noch andere Spielarten von dB Watt und dB Mikrowatt und so weiter. Auf die möchte ich nicht unbedingt im Detail hier noch eingehen. So, ich möchte noch eines erwähnen. Nämlich den sogenannten Skin-Effekt. Und den möchte ich deswegen erwähnen, weil mir der sehr bedeutsam erscheint. Insbesondere auch was Abschirmung und so weiter anbelangt. So, das ist jetzt hier gezeigt. Was passiert? Und im Endeffekt ist es eine Stromverdrängung auf die Außenseite eines Leiters. Man kann sich das relativ oder am einfachsten, glaube ich, vorstellen, wenn man sich den runden Leiter auf der linken Seite anschaut. So, was passiert? Wenn wir jetzt hier die Stromdichte erhöhen wollen, schauen wir das mal drunter. Stromdichte oder Strom erhöht sich. Das ist ja bei Wechselfeldern der Fall, dass der Strom mal mehr, mal weniger wird. Also Stromstärke erhöht sich. So, dann wird Folgendes passieren. Es soll sich die magnetische Feldstärke erhöhen. So, warum schreibe ich das so komisch? Es soll sich erhöhen. Nun, nach der Lenz'schen Regel wird jetzt ja die, und das Magnetfeld bestrebt sein, sich eben gerade nicht zu ändern. Das magnetische Feld möchte sich nicht ändern. So, also wird es einen Strom induzieren, der so gerichtet ist, dass er die Änderung verhindern möchte. Sagen wir es so. So, was heißt das jetzt im linken Fall? Stellen wir uns einfach vor, die Stromdichte hier soll sich jetzt hier erhöhen. So, das soll dazu führen, dass wir ein magnetisches Feld haben, wie hier oben gezeigt, das nämlich hier kreisförmig hier einmal durch die Gegend geht. So, das sollte jetzt größer werden. Nach der Lenz'schen Regel wird jetzt aber in diesem Leiter ein Strom induziert, der so gerichtet ist, dass das eben verhindert wird. Und das ist genau dieser Strom II, der so fließt, wie hier auch gezeigt. So, kann man mit einfach der Hand einfach so nachvollziehen, wenn man das möchte. So, wozu führt das? Das führt natürlich dazu, dass wir hier im Inneren einen gegengerichteten Strom haben und dann im Äußeren einen zu dem ursprünglichen Strom mitlaufenden, also verstärkende Wirkung haben. Das führt dazu, dass der Strom insgesamt in den Außenbereich verdrängt wird. Da hätte ich jetzt eine andere Farbe nehmen sollen. Stromverdrängung in Außenbereich. Das kann man nochmal durchspielen, was passiert, wenn es genau andersrum ist, also wenn das magnetische Feld sich senken möchte und so, da passiert nämlich genau dasselbe. Und das führt dazu, dass man die Stromdichte im Wesentlichen im Außenbereich hat. Das heißt also Ladungsträger-Transport im Außenbereich. Das passiert auch bei kathesischen Systemen, wie auf der rechten Seite angezeigt. Da lässt sich das mathematisch leichter beschreiben. Da ist es nämlich einfach nur eine abklingende E-Funktion, nach der der Strom, die Stromdichte hier abfällt. E hoch minus Z durch ein Delta, das wir noch zu definieren haben. Auf der linken Seite bin ich jetzt mit dem Indischen. Das kann man wahrscheinlich leichter verstehen und vielleicht auch etwas leichter erfassen. Mathematisch ist das Ganze dann aber eine bessere Funktion, die ich jetzt hier nicht erläutern möchte. So, wie groß ist jetzt diese oder wie geht dieser Effekt jetzt vonstatten? Das kann man natürlich ausrechnen. Und wie groß ist dieser Effekt oder wie groß ist diese Eindringtiefe? Kann man nämlich dann definieren. Und das ist eben dieses Delta Wurzel aus 2 durch Omega Mu 0 Mu R Die magnetischen Eigenschaften gehen hier also ein und Sigma das haben wir glaube ich Kappa genannt bislang so die Leitfähigkeit Kappa Okay Warum ist das jetzt wichtig? Aus zwei Gründen ist das wichtig. Also zum einen bei hohen Frequenzen ist die Stromdichte nur auf Leiteroberfläche. Das heißt natürlich die Leiteroberfläche ist maßgeblich eben auch für den Widerstand verantwortlich. Das heißt sie muss möglichst sauber sein. An der Leiteroberfläche brauche ich möglichst gute Leiter und so weiter im Inneren des Leiters im Inneren der Leitung brauche ich eigentlich nichts zu machen. Ja ich kann den sogar leer bohren und so das ist aber dann kein Hohlleiter. Also der ist dann zwar ein hohler Leiter aber es ist nicht die klassische Form des Hohlleiters die wir hier in dieser Vorlesung auch gar nicht besprechen. Noch was heißt es nämlich insbesondere auf Abschirmung hin also Feld klingt ab man kann was abstimmen kann etwas abschirmt. Ich möchte ja so eine kurze Zeichnung hier machen zu dem Thema wie denn das mit dem Abschirm eigentlich zu verstehen ist. Man sehen kann wenn ich hier jetzt mal mein Z in Form von Delta hinschreibe und dann habe ich hier meinetwegen mein Delta 1 2 3 4 5 und hier habe ich meine Stromdichte J und dann habe ich hier schon so einen exponentiellen Abfall und dabei 4 5 da ist schon fast ist gar nichts mehr zu sehen. Also eigentlich bin ich hier schon viel tiefer. Das ist jetzt proportional E hoch minus Z durch Delta und ich könnte jetzt an die Stelle hier noch so eine Tangente anlegen. Die würde genau bei Delta bei Z gleich Delta oder Z durch Delta gleich 1 die x-Achse treffen und man kann sich jetzt vorstellen, dass der gesamte Strom hier gesamte Stromdichte so letztlich in einer einem Bereich von einem Delta um eben diese Leiteroberfläche herum transportiert wird und gar nicht mehr vollkommen reingehen. Effektiv geht es e-funktionsmäßig rein für Berechnung von Widerstand und so weiter und so fort reicht die Vorstellung aus, dass in der Schicht, in der Eindringtiefe Delta der gesamte Stromtransport passiert. So, wenn Sie sich jetzt hier nochmal anschauen, was das für verschiedene Materialien und Frequenzen bedeutet, dann kommt man bei dieser Tabelle bzw. diesem Diagramm heraus. Auf der linken Seite ist das Ganze meine Zahlen aufgeführt in Mikroohm Zentimeter. Ja, das ist jetzt hier der spezifische Widerstand des entsprechenden Materials. Daneben die relative Permeabilitätszahl und dann einmal aufgeführt das Delta bei einem Gigahertz. So kann man das lesen in Mikrometer. Sie einrichtiefer. So, das heißt also bei einem Gigahertz bei einer Welle mit einer Frequenz von einem Gigahertz hat eben bei Aluminium das Material eine Eindringtiefe von 2,59 Mikrometer. Das ist deutlich weniger als Alufolie beispielsweise. Bei Kupfer ist das noch ein bisschen weniger. Das liegt vor allen Dingen daran, dass der spezifische Widerstand noch besser, also sprich kleiner ist, an dem 2,1. Bei Eisen da sind wir jetzt mal davon ausgegangen, dass wir hier einen Myron von 5000 haben, was sicherlich sehr positiv gerechnet ist. Und da ist die Eindringtiefe auch, ja hier ist es wirklich formelmäßig zu verstehen, also nicht die Eindringtiefe bei einem Gigahertz, sondern die Eindringtiefe mal Wurzel F, also mal Wurzel 1 Gigahertz in 0,07 Mikrometer. Praktisch wird es so sein, dass gerade bei einem Gigahertz die relative Permeabilitätszahl vom Eisen nicht mehr 5000 ist, sondern ein wesentlich kleinerer, wahrscheinlich verschwundener Wert und dann wird bei einem Gigahertz wirklich die Eindringtiefe in Eisen wesentlich größer sein. Mühmetall nochmal ähnlich, man sieht das auf der rechten Seite jetzt verlaufend für die Frequenz und da hat man hier, ich fange jetzt einfach mal an, hier bei 50 Hertz etwa, da haben wir jetzt hier die guten Leiter hier oben da an der Stelle und da haben wir jetzt bei 50 Hertz hier einen Eindringtief in das Material von einigen 10 Millimeter Aluminium, Kupfer, Silber, das tut sich jetzt nicht so ganz viel Gold bei den magnetischen Materialien hier, da ist die Eindringtiefe auch bei wenigen Hertz, wenigen 10 Hertz schon deutlich unter einem Millimeter. So, was lernen wir daraus? Wollen Sie niedrige, niedrige frequente Felder abschirmen, dann brauchen Sie entweder sehr viel Material bei nicht magnetischen Materialien oder eben einfach ein magnetisches Material. So, erhöhen Sie die Frequenz und dann sehen Sie, ruckzuck hier schon bei einigen 10 Kilo Hertz respektive dann Megahertz oder hunderte Megahertz die Eindringtiefe auf deutlich unter einem Millimeter fällt hier und da sind wir hier bei 100 Megahertz an dieser Stelle hier da sind wir jetzt bei einigen 10 Mikrometern vielleicht oder unter 10 Mikrometer das heißt also wollen sie etwas abschirmen was so eine Frequenz von 100 Megahertz also hat dann reicht Alufolie einfache Alufolie wollen Sie sich also Ihren Autoschlüssel schützen vor irgendwelchen Dieben oder sowas also nicht dass dieben schützen sondern schützen vor Dieben die ihr Auto klauen indem sie eben ihr Funksicht nach dem Schlüssel verlängern dann reicht es den einfach in Alufolie einzupacken elektronisch auslesbaren Pass Ausweis einfach in Alufolie auspacken einpacken und der ist abgeschirmt dann muss man kein großes Kästelchen oder sowas drum bauen so die magnetischen Eigenschaften der von Eisen und dem Mühmetall die lassen ich habe das jetzt mal hier bei 100 Megahertz hingeschrieben das auch ein bisschen optimistisch die lassen dann irgendwann nach und damit die Alternative dann an der Stelle für die schon wieder deutlich größer gut ich verweise noch mal auf das was ich zu dem Thema Dezibel Rechnung gemacht habe und damit soll dieser erste Einblick in hochfrequente Effekte und so hier auch dann beendet sein nochmal mit der Bemerkung die Eindringtiefe der Skin Effekt hilft uns dabei mit sehr dünnen Materialien schon Felder hochfrequente Felder abzuschirmen Eindringtiefe